Lass uns über Scham reden. Wir alle haben uns schon mal geschämt. Diese schmerzliche Emotion macht unser Leben bestimmt nicht schöner. Man fühlt Demütigung und man denkt, dass es mit uns irgendwas nicht okay ist. Die Intensität des Gefühls kann sich stark unterscheiden. In extremen Fällen möchte man aus der Welt verschwinden. Sie entsteht im Austausch mit anderen Menschen, weil man bei anderen gut ankommen möchte und weil wir nicht abgelehnt und kritisiert werden wollen. Scham kann auch entstehen, wenn wir uns bestimmte Situationen vorstellen. Wenn wir uns über eine Sache schämen, haben wir Angst von einer negativen Reaktion unseres Umfeldes. Hinter Scham steckt das Bedürfnis der Menschen, anerkannt, geschätzt und geliebt zu werden. Traumatische Erfahrungen wie sexueller, körperlicher oder emotionaler Missbrauch, Vernachlässigung oder andere Formen der Misshandlung in der Kindheit stehen in engem Zusammenhang mit der Erfahrung von Scham im späteren Leben. Gehe für Gründe, damit du genau verstehst, wie Scham verursacht wird. Erstens, Scham kann durch Vergleiche entstehen. Sagen wir mal, ein Ehepaar hat zwei Kinder, den Nico und den Paul. Der Nico bekommt immer gute Noten in der Schule und der Paul eben nicht. Deshalb vergleichen die Eltern deren Ergebnisse und verurteilen ihren Sohn Paul. Dadurch fühlt sich der Paul jetzt traurig und schämt sich, weil er nicht so gut wie sein Bruder ist. Zweitens, Scham kann durch Beschimpfungen verursacht werden. Zum Beispiel, immer wenn ein Kind sein Essen nicht aufgegessen hat, wurde von seinen Eltern bestraft. Drittens, Scham kann entstehen, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben. Vielleicht hast du in der Vergangenheit jemandem geschadet und schämst dich jetzt für deine Tat. Viertens, Scham kann durch Morbungen entstehen. Beispielsweise, wenn jemand für sein Aussehen ausgelacht wird, dann denkt er, dass es mit ihm irgendwas nicht okay ist. Menschen, die solche Situationen erlebt haben, neigen dazu, Schamgefühle zu verinnerlichen und können sehr leicht ein negatives Bild über sich selbst bilden. Dadurch kann ein Mensch im Nachhinein pessimistisch, depressiv und sich nicht lebenswert fühlen. Leider haben solche Denkweisen auch starken Einfluss auf den Körper und das Immunsystem, weil die meisten psychischen Störungen auch den physischen Zustand beeinflussen. Ich gebe dir jetzt eine Methode, um die Menge und Stärke der Scham zu reduzieren. Erstens, akzeptiere, dass du dich schämst und versuche, deine Situation nicht schönzureden. Zweitens, schreib dir auf, durch welche Situation die Scham entstanden ist. Drittens, frag dich selbst, ob du bereit bist, was dafür zu tun. Viertens, vergebe dir. Verstehe, dass wir alle Fehler machen und daraus was lernen können. Es ist okay, wenn du irgendwas nicht so getan hast, wie andere es wollten. Wenn andere dich nicht so akzeptieren, wie du bist, dann sind es nicht Menschen, mit denen du Kontakt haben musst. Und jetzt kommen wir zum schwierigsten Schritt. Um die Scham für immer loszuwerden, musst du einen harten Weg gehen. Das heißt, du musst die Emotion der Scham für eine Walle total spüren. Dieser Prozess wird sehr unangenehm und schmerzvoll sein. Aber das ist die effektivste Wirkung, zu realisieren, dass es keinen wirklichen Punkt gibt, dich zu schämen. Wenn du diesen Weg gehen möchtest, dann gebe ich dir noch ein paar Tipps dazu. Erstens, finde einen Ort, wo du alleine und in Ruhe sitzen kannst. Lass die Emotion der Scham hochkommen und beobachte die für ein paar Minuten. Beim ersten Mal, führe diese Übung am besten für nur zwei bis fünf Minuten. Du kennst dich ja besser. Schau mal, wie viel Schmerz du ertragen kannst. Nach ein paar Malen wirst du erfahren, dass die Stärke des Scham sich stark reduziert hat. Und jetzt ist es nur eine Frage der Zeit, bis dieses Gefühl sich für immer verschwindet wird. Ich wünsche dir viel Erfolg und wir sehen uns das nächste Mal.